Musik 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 Oh, ja. Oh, ja. Wollen wir sitzen? Ja. Steht das? Ja, ja. Ja, ja, ja. Lass ihn denken. 21 Uhr, wir haben Flug vom Flughafen Düsseldorf zum Flughafen Verteventura. Wir sind im Bus und ganz so weit können los, das heißt, miteinander morgen Gepäckschiff sind verlassen, die Tür geschossen, die Brücke wird gerade zurückgefahren. Startvergabe, ja, die haben wir noch nicht, aber kein Problem, kommt gleich. Wir haben auf diesem Flug hier einen sogenannten Slot, ein Slot ist, manchmal fragen wir uns das auch, was das ist, eine vorgegebene Startzeit, ein Zeitraum von 15 Minuten, der kommt aus Brüssel, Luftraumnutzungszentrale, so nennt sich das da. Die versenden diese Slots und der Grund dafür ist, nur die Regen und das Luftverkehrs, kann dann hier das Flugzeug zur selben Zeit, an der selben Stelle sein, so weiter und so weiter. Tja, um es kurz zu machen, wir müssen von jetzt an noch um die fünf Minuten warten, bevor wir sämtliche Freigaben bekommen, die wir da brauchen, also werden Anlass in der Triebwecke zurückgedrückt werden und später rollen und dann, ja, da kommt noch viele mehr. Wenn wir dann alles haben, was wir brauchen, geht's dann so los, wie gerade besprochen, und rollen dann zur Startbahn 23 links, die momentane Betriebe ist hier in Düsseldorf, die liegt von uns aus gesehen auf der linken Seite, allerdings am anderen Ende des Flughafens, sind in etwa drei Kilometer zu rollen und unterwegs, dann weitere Informationen. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie jetzt um Ihre Aufmerksamkeit für wichtige Sicherheitsinformationen, Ihr Smartphones und Tablets dürfen Sie gerne im Flugmodus benutzen, sollte einer Ihrer elektronischen Geräte beschädigt sein. Das ist gut. Ja, Herr Arnold, dann Dinner Halloween. Herr Tschang! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020